So, jetzt sind wir auf der Sternalm. Ein kleiner Rundblick. Im Hintergrund das Rauschen der Bahn. Werkgasthof Sternalm. So, das Sternalm. Ein solches Kreuz, so ähnlich, werde ich mit Materialien aus Cillian mir in den Garten stellen. So, Blickrichtung. Lienz runter. Wo wir nachher auch fahren werden. Und ein Schwenk. Richtung Sternalm. So, das wäre natürlich auch mal eine Attraktion, so den Berg hinunter radeln. Aber naja, lieber nicht. Da beginnen einige Wanderwege. Sowohl auf der Höhe als auch noch höher. So, ein kurzer Beitrag von hier oben. Das Kreuz zum Abschluss. Und das, was man hier sieht, nämlich Berge, Berge, Berge. 1997 wurde dieses Kreuz errichtet. D tentar 그러ier mich an. So, es geht, nicht. Pnya. thematnes kompaktonienent. Jö, Jöe, Jönen...